Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eklis. Wir machen den Erfolg Kriegsklauenrennen Gold. Ich krieg drei Erfolgspunkte dafür. Dafür müsst ihr eine Tieflandküste zur Wegmarke Wanderling außen posten und hier das Abenteuer so leicht südöstlich erledigen. Und das Abenteuer hat es in sich. Es ist ziemlich sportlich und knackig und alles. Ihr müsst nämlich nicht nur die Checkpoints machen. Ihr müsst nebenbei auch noch diese Zielscheiben hier kaputt machen. Und das ist gar nicht mal so leicht, weil die Zielscheiben nicht nur überall verstreut sind, sondern euer Speer, die Fertigkeit 4, standardmäßig, eine ballistische Flugbahn hat. Entschuldigung, dass ich hier so wenig vollendete Sätze spreche. Ich habe es nämlich gerade eben schon mal ausprobiert und nebenbei... Das meinte ich hier außer Reichweite. So, jetzt muss ich nämlich gleich wieder warten, bis ein Speer da ist. Ja, das ist halt nicht cool. Okay. Wow, jetzt hat mir die Karte gerade angezeigt. Ich hätte hier irgendwie einen Punkt nicht eingeholt, aber... Offensichtlich doch. Offensichtlich doch. Also, es ist machbar. Ihr müsst dabei halt die... Das Breschen immer wieder aktivieren, damit könnt ihr dieses schnelle nach vorne daschen nutzen. Das verbraucht genauso Ausdauer wie euer Sprung. Und den solltet ihr jetzt geskillt haben. Jetzt lasst mich bloß nichts dummes sagen. Das ist ein... Skill tatsächlich. War auch cool ist, wenn du es zurückgesetzt. Genau. Ihr braucht hier Kriegsklaue. Genau. Hier Katzenhaus der Reflexe. Das ist alle... Genauso wie hier die Ausdauerregeneration. Die ist tatsächlich ganz gut dafür. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Liken und Abonnieren. Nicht vergessen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bis dann. Vielen Dank.